Das war nicht so gut. Okay, und die Grafikeffekte sind auch wieder nicht da. Das ist auch ein bisschen blöd. Hä? Okay. Oh, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Okay, das ist gar nicht gut. Dann gehen wir mal hier rüber. So, ähm, ja. Komm, schieß die mal kaputt. Oh, danke schön. Oh, 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 oh. So, äh, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, ich lade das nochmal neu. Ich versuche das mal, dass wir die Grafikeffekte haben. Weil ohne die Grafikeffekte funktioniert das zwar auch. Aber es, äh, man kann das nicht so gut, äh, sehen. Ob das jetzt alles so funktioniert oder nicht. Äh, ja. So, ich würde sagen, wir nehmen mal das Fass. Laufen erst mal nach da hinten. So. Komm, schieß. 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 Na komm, noch einmal kaputt schießen. Na, da bin ich doch. So. Okay, das hat soweit funktioniert. Und, ähm, wir versuchen, äh, okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier rüber. Da dürfte er mich so nicht sehen. Äh, passt soweit. Ja, wunderbar. Das speichere ich jetzt nochmal ab. Weil, äh, von hier haben wir jetzt eine ganz gute Chance, glaube ich, das kaputt zu kriegen. So, das war das erste Mal. Jawohl. So, und der Meckwurrago meinte übrigens, ähm, ich sollte vielleicht einfach nur was hinschleudern und dann sofort darüber laufen. Das werden wir auch gleich mal probieren. Als erstes machen wir erstmal die Scheibe kaputt hier. So, damit ist das erledigt. So, und jetzt testen wir mal das vom Meckwurrago. Äh, ein Stück zurück. Ich will nicht hier getroffen werden. Okay, das war nicht so ganz so toll. Äh, dann nehmen wir mal den direkten Weg. So, und laufen hier mal schnell rein. Okay, soweit, so gut. Da ist die zweite Sicherung. Ähm, die nehmen wir uns schon mal gleich. So, dann ist das auch fertig. Bäh. Okay, und jetzt haben wir hier drüben noch die dritte Scheibe. Ja, schieß ruhig noch ein bisschen weiter. Dann kriegen wir das ein bisschen näher zu mir ran. Ah, nicht. So, und jetzt versuchen wir hier die dritte Scheibe noch kaputt zu machen. Aber die kriegen wir von da aus ganz schwer kaputt. Mal gucken, dass wir hier in der richtigen Position sind. Ja, das sieht gut aus. So, nochmal bitte kaputt schließen. Ähm, okay. Das stelle ich mal ab. Mal gucken, wo wir sind. So, jetzt müssen wir hier... Der müsste hier nur noch einmal kaputt schließen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, mein Freund, für die Zusammenarbeit. Ähm, halt, wir speichern nochmal ab. So, dann nehmen wir uns halt das Fass. So, ähm, was sagen wir Fass? Das ist ja eigentlich so ein Müllcontainer. So, und da ist die dritte Sicherung. Die müssen wir jetzt auch noch kriegen. Ähm. Oh, Scheibe Nummer 1. Ah, das ist zu weit weg, schade. Ja, genau, die hätte ich gern wieder. So. Und jetzt werden wir hier die Scheibe zerflettern. So, und da ist die dritte Sicherung. Das heißt, wir versuchen das jetzt wieder einfach schnell rüberziehen und gut ist. Ah, das ging nicht ganz so optimal, aber... So, wir haben jetzt zumindest alle drei Sicherungen, die wir brauchen. Und, äh, jetzt müssen wir nur noch gucken. Genau. Na, komm. Ach so, äh. Na, komm. Schieß, schieß. Guck, guck. Ja. Ich würde gern, dass du das hier kaputt machst. Na, komm, schieß nochmal. So, so viel dazu. Das haben wir. Ähm. Okay, jetzt gehen wir hier rüber. Und dann müssen wir da wieder raus. Wir speichern aber zur Sicherheit nochmal. Ähm. Und ich würde sagen, wir nehmen das hier. Oh, und werden ihn damit mal ein wenig irritiert. Hier, klasse. Ähm. War jetzt nicht ganz so wie gewollt. So, dann drehen wir uns einfach und schnicken das Ding hier rüber. Ah, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Die Idee war gar nicht gut. Gehen wir hier hinten dran. Ich glaube, wir müssen das wieder auf denselben Weg machen. Wir müssen da hinten einfach nur raus. Ähm. Das heißt, wir werden uns mal da ranziehen. Äh. Okay, ganz schnell durch. Okay. In your face, baby. Wow. Kontrollpunkt erreicht, Spielstand gespeichert. Puh. Yo. Damit haben wir das geschafft. Okay, das heißt, wir können jetzt hier erstmal die Sicherungen einsetzen. So, und jetzt. Ah, jetzt haben wir Strom. Und jetzt dürfte auch der Aufzug funktionieren. So. Drei Keycards haben wir. Die vierte fehlt aber noch. Ähm. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da jetzt weiterkommen. Wo wir dann noch Überraschungen haben. Ne, da ist ein Aufzug. Ah, da ist die Keykarte. Perfekt. Yo. Damit haben wir Keykarte Nummer vier. Das ist schon mal okay. So. Einmal hier rein. Dann holen wir uns den Aufzug runter. Und wenn alles klappt, sollte es das jetzt gleich gewesen sein. Ähm. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So. Einmal hier hoch. Ja. Und dann kommen wir da oben wieder raus. So. Und jetzt sind wir hier wieder durch. Okay. Ähm. Jetzt müssen wir wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Und zwar, wir kamen von da links. Also müssen wir da rechts hin. Da rechts müssen wir hin. Mal gucken, ob wir da irgendwie direkt hochkommen. Ähm. Ich versuch's mal auf die Methode. So. Okay. Das ging ja eigentlich ganz problemlos. Wunderbar. Okay. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Und Nummer vier. Gut. Damit haben wir die Tore offen. Und ähm. Ja. Ich speichere mal ab. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Okay. Vier Tore. Das sieht gut aus. Oh. Da ist der Aufzug. Gut gemacht, Ashley. Die Seitenroute ist jetzt frei. Okay. Scheint's wohl gewesen zu sein mit dieser Stunde. Oh. Geht aber schnell wieder zu. Hm. Heavy Door. Ja. Ist klar. Heavy Duty Door. Okay. Äh. Hochbelastbare Tür. Mhm. So. Und nun. Äh. Ah. Es wird geladen. Wir haben die Stunde geschafft. Ja lalala. Ja. Okay. Dann ähm. Hm. Lassen wir uns mal überraschen, wie es jetzt weitergeht. Ähm. Müsste jetzt Stunde 15 sein. Ja. Stunde 15. Die Route. Die Route. Mhm. 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 Die Route. Ashley. Oscar hat mich gerade gefunden und Norwood ist auf dem Weg. Verdammt. Wie weit ist er? Noch 30 Minuten. Oscar gab ihm eine einwandfreie Beschreibung. Ich werde versuchen, ihn so lange wie möglich zurückzuhalten. Bitte beeil dich. Okay, also jetzt beginnt der Kampf gegen die Zeit. Aber nichtsdestotrotz. Ähm. Oh oh. Oh oh. Da ist was faul. Da, hier, diese drei Dinger. Das sieht aus wie Laser. Das sieht aus wie Laser. Ich glaube, ich hole mir zur Sicherheit schon mal hier so ein Fass. Ähm. Ich glaube nämlich, das könnte unangenehm werden. Da hinten ist der Weg blockiert. Da kommen wir nicht so richtig durch. Ähm. Wenn das wirklich Fässer sind. Äh. Wenn das wirklich Laser sind. Haben wir da nämlich, glaube ich, dann ein Problem. Ähm. Büm, büm. Ich versuche mal was. Ich ahne nämlich, dass da gleich was ganz übel abgeht. Oh. Die Böbel sind weg. Ah. Ich habe mir es gedacht. Tatsächlich. Ah jei, jei. Tatsächlich. Laser. Oh. Da hat es mich erwischt. Ich hatte das fast zu hoch gehalten. Äh. Glück gehabt, dass mich der Laser nicht gleich gekillt hat. Oh. Das ist gar nicht gut. So. Oder nicht. Mal probieren. Ne. Aber wir sind hier auf dem Vorsprung. Das ist schon mal gut. Ähm. Dann gehen wir am besten von dem Vorsprung jetzt da rüber. Aber ich speichere mal. Aber ich speichere mal zur Sicherheit ab, weil das könnte etwas heftig werden. Ja. Das habe ich mir gedacht. Eieiei. Komme ich direkt hoch? Das könnte ich auch nochmal testen. Ähm. Und vielleicht auf die Rohre drauf. So. Ne. Das reicht auch nicht. Auf verfluchte Hacke. Wie komme ich da am besten hin? Ähm. So. Vielleicht mal mit springen probieren. Ah. Okay. Mit springen funktioniert das. Oh. Laser. Noch mehr Laser. Aha. Aha. Okay. Das sieht alles sehr kompliziert aus. Okay. Da kann ich die Laser hoch und runter machen. Aber hat das irgendeine Bedeutung hier? Nö. Wüsste ich jetzt nicht, was das bedeuten soll. Ähm. Wie gesagt. Manchmal ist es vielleicht gar nicht so. So umständlich, wie es aussieht. So. Da haben wir eine Plattform. Ähm. Das will ich mir erstmal angucken in Ruhe. Okay. Hier ist ein Laser. Die bewegen sich. Da haben wir keine Chance. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wir müssen irgendwie da rüber. Ähm. Jetzt gucken wir mal, für was die zwei Schalter sind. Ich habe da eine Vermutung, dass wir damit hier das Podest bewegen können. Ja. Okay. Das ist soweit. Und klar. Das müssten wir also irgendwie auf dieses Podest drauf kommen. Und von da aus dann rüber. Ich speichere aber zur Sicherheit nochmal ab. Ähm. Gucken, ob der einfachste Weg mit rüberspringen. Nein. Der funktioniert also nicht. Wir müssen uns also doch da ranziehen. Äh. Hm. Wird nicht ganz so einfach. Also einfach rüberspringen geht nicht. Höchstens ranziehen und dann runterfallen lassen. Das könnten wir mal probieren. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir irgendwie da drin die Hebel bewegen können. Wir müssen da rüber. Ähm. Ich speichere nochmal. Ich versuche einfach mal, dass wir hier auf diesen Vorsprung kommen. Okay. Das haben wir geschafft. Perfekt. Das ist schon mal gut gelaufen. So. Was haben wir hier? Oh. Das sieht alles ziemlich tricky aus. Ähm. Okay. Damit können wir den Laser bewegen. Ah. Da bewegen sich beide. Würde ich sagen, bringen wir die. Oh. Da drei Stück sogar. Dann bringen wir die mal hinter den Pfosten. So. Damit ist der Weg frei. Und dasselbe können wir da drüben machen. Dann könnten wir da eigentlich durch. Ja. Da hinten müssen wir hin. Obwohl. Jetzt habe ich gerade eine andere Idee. Warum umständlich machen? Äh. Ich versuche mal gerade was. So. Ah. Das hat nicht ganz geklappt. Nochmal. Ah. Mist. Das ist also ziemlich nah unter der Decke. Ich dachte wir könnten da drauf springen. Vielleicht. Ich will das nochmal probieren. Ah. Also wenn man geduckt. Sich abstößt. Klappt das wohl nicht so gut. Nehmen wir testen. Ah. Doch. Okay. Die geduckte Haltung und hier hoch. Übers Rohr. Weil. Ja. Das ist glaube ich der einfachste Weg. Wir gehen einfach über die Laser drüber. Ja. Man muss ja nicht immer den offensichtlich schwierigsten Weg nehmen. So sollte das auch funktionieren. Ja. Und so sind wir eigentlich ganz gut dabei. So. Gehen wir wieder aus dem Kriechgang raus. Speichern nochmal ab. Denn äh. Wir müssen da rüber. Ähm. Mal ganz vorsichtig. So. Und hier müssen wir jetzt wieder rüber. Oh mein Gott. Äh. Äh. Ja. Einfach versuchen wieder abzustoßen. Ein bisschen von dem Vorsprung weg. So. Und. Ah. Nicht ganz geschafft. Okay. Aber die Richtung stimmt. Irgendwie müssen wir jetzt da reinkommen. Ähm. Hm. 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 Ob da springen eventuell hilft. Und dann erst ranziehen. Das wäre auch noch eine Idee. Ähm. Also wir sind ja soweit ganz gut. So. Also nach vorne springen. Und dann ranziehen. Ne. Oh. Jetzt bin ich unter dem Laser drunter. Äh. Schick. Toll. Komme ich da jetzt auch wieder einigermaßen lebendig raus. Mal gucken. Hier rüber gehen könnte das klappen. Das wird zwar eng. Jetzt wurde ich neutralisiert. Also das klappt nicht. Wenn wir einmal drin sind kommen wir wohl nicht mehr richtig raus. Ähm. Hm. Also die beste Lösung wird sein. Versuchen einfach oben irgendwie drüber zu springen. Und vielleicht nicht so den weiten Weg zu nehmen. Sondern gucken dass wir etwas näher am Rand entlang laufen. So. Also wir gucken wie weit können wir hier vor. Oh. Da können wir ja ziemlich nah ran gehen. Das wird es einfacher machen. So. Ja. Okay. Alles klar. Also jeden Vorsprung einfach ausnutzen. Und so kriegt man das Problem relativ easy gelöst. So. Und jetzt geht es hier weiter. Ähm. Mal schauen was uns hier erwartet. Da erwartet uns. Gar nicht. Ah. Da geht es noch weiter. Ich wollte gerade sagen. Irgendwo müssen wir doch hier einen Weg finden. Okay. Da hinten geht es weiter. Wie es aber da weiter geht. Und was wir dann dort genau erleben. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich finde wir sind ganz gut vorangekommen. Sind jetzt in der Stunde 15. Es nähert sich also so langsam das Finale. Denn ich habe gesehen es sind insgesamt 17 Stunden die zu bewältigen sind. Also wir kommen dem finalen ja Gegenübertreffen doch näher. Und der Meg Wuraku hat da schon eine ganz üble Vermutung geäußert. Nämlich dass Oscar und Kevin vielleicht sogar eine Person oder eine Maschine sind. Ähm. Aber welche Variante da eintrifft, das werden wir dann mal sehen. In diesem Sinn sage ich erstmal Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus. Und Tschüss.